hallo und willkommen zurück zu goldrausch in alaska beziehungsweise goldrush the game ich habe jetzt mal umgebaut das habe ich jetzt offline gemacht ich habe jetzt wie gesagt die anlage das habt ihr ja noch mitbekommen hier hingestellt die habe ich jetzt soweit vernetzt ich kann euch jetzt mal unser netzwerk zeigen derzeit das ist noch ohne funktion da fehlt mir noch ein ding ist für also wir holen wasser vom fluss das geht hier rein dann wird das wasser weiter gepumpt in die nächste pumpe weil anders ist es nicht möglich irgendwie die dinger zu verlängern die die kabel bzw man braucht dann halt pumpen das habe ich getan einmal wasser geht in unsere sortieranlage bzw mobile waschstraße und einmal eine geht zu dem tisch hin dann haben wir angeschlossen einmal den tisch und wir haben einmal angeschlossen den strahler ich hoffe dass das im dunkeln etwas hilft ich habe es noch nicht ausprobiert wir setzen den bagger jetzt um der ist nämlich hier seht da habe ich die ganze zeit umgebaggert und hier habe ich rumgebaggert und wie gesagt wir fangen jetzt hier neu an zu baggern dass ich das da reinpacken kann ich glaube das wäre effektiver und wir können demnach schneller arbeiten ich werde jetzt alles anstellen damit wir jetzt schlaufe jetzt schneller hinten hin damit wir letztendlich loslegen können ja und ich hoffe dass wir jetzt hier wieder richtig zeug rausholen wenn nicht haben wir natürlich ein problem erste maschine an dann machen wir jetzt natürlich die zweite maschine noch an wo haben wir sie auch an und ihr seht die läuft dann können wir hier die maschine anstellen die brauchen wir noch nicht an machen weil es ist noch nicht dunkel aber hier ist wasser und strom dann machen wir hier die maschine an die läuft auch sehr gut dann schauen wir jetzt dass wir mit dem bagger rüberfahren und dann können wir das erste mal hier wieder baggern es sollte natürlich besser sein jetzt dann wollen wir mal losfahren beziehungsweise hier irgendwas stimmt noch nicht Wir dürfen nur nicht in so ein Loch fallen, weil wenn wir mal in so ein Loch fallen, dann ist es natürlich schon an der Not. Jetzt muss ich gucken, wenn ich hier vorbei komme. Das ist natürlich jetzt kompletter Bullshit. Und so komme ich jetzt wenigstens in die Maschine rein. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich stelle den Bagger schräg. Hoffe ich zumindest jetzt, dass das jetzt eine bessere Ausgangssituation ist. Ja, und guck mal, so kann man natürlich viel, viel besser baggern. Und viel, viel schneller baggern. Und dann kriegen wir jetzt die Maschine schnell voll. So, dann machen wir das jetzt mal. Auf mit dir und zu. Was ist denn hier los? Ich hoffe nicht, dass ich jetzt was daneben kippe. Aber ich glaube nicht. Da kippe ich jetzt was daneben mehr. Ich kann auch einmal von außen gucken. Ich könnte schon noch ein kleines Stückchen nach hinten. Machen wir das ein kleines Stück zurück. So wäre dann letztendlich, wäre es okay. Zack, innen an sich. Und dann kann ich jetzt hier rumballern. So. In der Hoffnung, dass wir denn jetzt wieder ein bisschen mehr Gold finden. Und das ist Gold vor allen Dingen. Ah, und das sieht ja schon besser aus. Das sieht viel, viel besser aus. Dann kann man noch ein bisschen schneller baggern jetzt. Wenn man sich einmal an die Steuerung gewöhnt hat, dann... Kann man da schon baggern. Ja. Ja. So kommt hoch. Ja, so können wir auf jeden Fall ganz schnell ganz viel zusammen. Und ihr seht, wie es funktioniert. Na wunderbar. Das war eine gute Entscheidung, dass wir die Maschine umgesetzt haben. Und ich hoffe, wenn es nachher dunkel ist, dass es dann besser funktioniert noch. Mit den Scheinwerfern. Ja. Ja. Das Ding ist immer voll, seht ihr. Passt. Und auch der Eimer wird schnell voll. Da seht ihr schon 44%. Ja. Das war jetzt nicht so gut. So. Und wieder schön hoch. Also das Baggern macht schon Spaß. Sehr schön. Da tragen wir hier wieder was ab. Und wir schütteln auch nicht mehr so viel daneben. Ja. Also minimal nur. Und schon mal 63% schon wieder gefüllt. Das geht rucki zucki. Ja. Sehr gut. Aufmachen hier. Auch super gefüllt. Wieder 34%. Das passt also. Das entnehmens manchmal noch ein bisschen komisch und beziehungsweise gewöhnungsbedürftig. Aber 78% soll nicht so das Problem sein. Und wenn der später mal der große Bagger da ist, dann geht es natürlich viel viel einfacher. Aber ich bin auf jeden Fall mit dem Umbau zufrieden. Aber es wird weiter sehen. Ja. Wie geht's mal. Das hätte man es nicht machen können. Ja. Wie geht's mal. Ja, ja. der voll sein dann kann man schon direkt den Eimer wechseln gehen 100 prozent da ist der Eimer voll dann können wir den Eimer nehmen hier stellen den schön sauber hier oben ab nehmen den nächsten Eimer und es läuft die am Schnür schief zack und wir können weiter baggern und wir können natürlich 380 grad baggern so dann seht ihr wenigstens noch mal ne Folge hier wie ich am baggern bin das mache ich normalerweise nur mal nachts jetzt seht ihr das ja auch so so runter und zu machen damit man eine schöne Kante bekommt und schon wieder 10% voll der Eimer also ihr seht es die drücke zucken sehr groß mal da muss ich mich schon ein bisschen dran gewöhnen aber ansonsten sollte es kein problem sein das meine ich also der schwingt manchmal schon richtig nah dann schütten wir lieber langsam da rein haben wir mehr von in der hoffnung dass dann jetzt hier mal ein bisschen gold drin ist jemand möchte für dich arbeiten prüfe dein tablet ja aber der war nicht so gut der eine hat jetzt 64 prozent und der andere der da für mich arbeiten wollte der hatte 39 das war zum beispiel jetzt eine kack entnahme die war wieder gut ja noch mal ich könnte mal eben noch den scheinwerfern machen einfach mal nur zu sehen inwieweit das aussieht ja doch guck mal das erhält schön hier den platz da können wir super gut arbeiten auch nachts also das perfekt einsam bauscheinwerfer reicht auch aus muss ich ehrlich sagen ich hätte nicht gedacht wenn man bräuchte mehr gut meine freunde ihr kennt das ja ich werde jetzt hier ein bisschen weiter baggern noch ich werde noch ein paar eimer voll machen und ihr seid dann auf jeden fall wieder dabei wenn es zum payday kommt zur auszahlung da seid ihr natürlich wieder an bord das verspreche ich euch und von daher würde ich sagen bis dahin vielen dank fürs zusehen tschüss tschau und und